Das virtuelle Kraftwerk von Vattenfall. Innovative Technologie zur besseren Integration erneuerbarer Energien in die Stromversorgung. Wir stehen vor der Aufgabe, eine sichere und bezahlbare Energieversorgung mit den Ansprüchen an den Umweltschutz in Einklang zu bringen, heute und auch in Zukunft. Erneuerbare Energien spielen hier eine Schlüsselrolle, allen voran die Windkraft. Die Herausforderung? Der Stromertrag aus Windkraft schwankt stark, da er unmittelbar von den herrschenden Windverhältnissen abhängt. Daher lässt sich die in das Netz eingeschweiste Windenergiemenge nur schwer prognostizieren. Für eine stabile Stromversorgung müssen Erzeugung und Verbrauch stets im Gleichgewicht sein. Denn elektrische Energie kann noch nicht in großem Umfang gespeichert werden. Das virtuelle Kraftwerk trägt dazu bei, Stromerzeugung und Verbrauch besser aufeinander abzustimmen. Es ist sehr genau regelbar und ermöglicht die Speicherung von Energie. Das schafft Raum für erneuerbare Energien. Das virtuelle Kraftwerk entsteht aus dem Zusammenschluss dezentraler Strom- und Wärmeerzeuger, wie etwa Blockheizkraftwerken, sowie elektrisch betriebenen Wärmepumpen, zu einem vernetzten und zentral gesteuerten Anlagensystem. Der Verbund aus Stromerzeugern und Stromverbrauchern zur Wärmeproduktion ermöglicht es, Netzschwankungen aufgrund unstetiger Windenergieeinspeisung auszugleichen. Der Verbundbetrieb des virtuellen Kraftwerks erfolgt durch die Vattenfall-Wärmeleitwarte die Datenkommunikation über ein eigenes Funknetz. Eine sternförmige Netzarchitektur sorgt dafür, dass alle angeschlossenen Anlagen ihre Daten sicher mit der Leitwarte austauschen können. Das virtuelle Kraftwerk kann wirksam auf Schwankungen im Netz reagieren und orientiert sich dabei vor allem an der Windstrommenge. Weht der Wind stark, lassen sich insbesondere elektrische Wärmeproduktionen Wärmepumpen ökonomisch sinnvoll betreiben. Wie funktioniert eine Wärmepumpe? Im Prinzip wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Als Wärmequelle dient Umweltwarme, wie sie zum Beispiel in Luft enthalten ist. Ein Kältemittel macht diese Energie nutzbar. Es wird durch einen strombetriebenen Verdichter stark komprimiert und kommt so auf eine Temperatur von etwa 40 bis 60 Grad Celsius. Genug, um Häuser zu beheizen und Wasser zu erhitzen. Wie funktioniert ein Blockheizkraftwerk? Ein solches, modular aufgebautes Energiesystem kann Strom und Wärme gleichzeitig erzeugen. Deshalb kommen Blockheizkraftwerke dort zum Einsatz, wo Wärme direkt vor Ort erforderlich ist. Als Kraftquelle dient in der Regel ein mit Gas betriebener Verbrennungsmotor vergleichbar mit dem Automotor. Blockheizkraftwerke sind in der Lage, Strom gezielt in Zeiten geringer Windenergieeinspeisung zu produzieren und die dabei entstehende Wärme in einem Speicher zu bevorraten. Was geschieht bei viel Windstrom im Netz? Die Vattenfall-Leitwarte steuert Gebäude mit Wärmepumpen über die Funkverbindung an. Die Wärmepumpen verbrauchen den überschüssigen Strom und erzeugen daraus Wärme. Die erzeugte Wärme kann für den späteren Gebrauch gespeichert werden. Das Gleichgewicht im Stromnetz ist optimiert. Die überschüssige Windenergie ist sinnvoll eingesetzt worden. Was geschieht bei wenig Windstrom im Netz? Die Vattenfall-Leitwarte steuert Gebäude mit Blockheizkraftwerken über die Funkverbindung an. Die Blockheizkraftwerke produzieren Strom und Wärme. Der Strom geht ins Netz und kompensiert fehlende Windenergie. Die erzeugte Wärme kann für die Windenergie nicht mehr erzeugen. Der Strom kann für den späteren Gebrauch gespeichert werden. Das Gleichgewicht im Stromnetz ist optimiert. Die fehlende Windenergie ist sinnvoll ersetzt worden. Das virtuelle Kraftwerk von Vattenfall ist seit Oktober 2010 Realität. Welche Vorteile genießen Kunden, die daran teilnehmen? Preisstabilität durch ein professionelles Energiemanagement. Erhöhte Versorgungssicherheit durch einen fachgerechten Anlagenbetrieb. Maximale Transparenz für alle Systemprozesse. Und ein zusätzlicher Beitrag zum Klimaschutz durch die verbesserte Integration von erneuerbaren Energien. Das ist ein FIR 911. Also Richtung der Frequ Cathy zions Bob brackets. Verwachen wir mal ein paar W tutti. бывает im Versorgungssicherheit. Unsicherheit durch dieมาgie sind. Verwachern. Schotype Boninter.